ich habe doch keine ahnung oje was wollte ich genau eine alterne bauen ich glaube das war es so wie brauchen wir denn eigentlich acht jetzt fehlt ein eisenklumpen das kommt da rein okie dokie so dann gehen wir mal raus gucken das wird ja natürlich beschein schön aber gut man kann nicht alles haben ich hoffe das funktioniert nein ich dachte das geht dann mache ich das so ist mir auch egal ich dachte das geht da irgendwie ranzuhängen oder geht es doch nicht tja gut dann ich wollte das da dran haben und nicht so ein holz so eine halbe treppe da noch um so eine halbe stufe ist das ja noch da sieht so viel scheiße aus gut ob ich das so lasse habe ich keine ahnung das weiß ich noch nicht gut 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 gut